Ich bin hier bei einer Probe vom Freilichtspiel der fröhlichen Weinberg. Bei mir ist der Regisseur Michael Klemm. Michael Klemm, was gefällt dir am besten hier im Saustal? Alles, alles. Es sind die Natur, es sind die Menschen, die ich hier sehr, sehr schätze. Und natürlich unsere wundervolle Aufgabe, hier Theater zu spielen, ist ein Geschenk. Das ist ein grosses Geschenk für mich, ich habe so viel Theater schon gemacht in meinem Leben. Also das gehört zu den Top-Highlights, muss ich sagen. Was ist vielleicht auch in der Reihe zum Freilichtspiel, wie es jetzt hier der Fall ist? Naja, wir sind ja in einer Region, also in Deutschland ist ja auch etwas Wetter gebeutelt. Das tut keinen Abbruch am Freilicht. Das Freilicht ist eben das Besondere, dass es wirklich unter freiem Himmel ist. Und man spürt die Natur, man spürt den Wind, man hört die Vögel. Und das hat einen besonderen Reiz, auch wenn es eine besondere Herausforderung ist. Weil das Wetter kann einem Jahr mal einen Strich durch die Rechnung machen. Wie schwierig ist das aber auf die Gegabeheiten, die die Natur bereit hat, euch als Regisseur darauf Einfluss zu nehmen? Sonst kann man ja nicht Einfluss nehmen. Ja, man kann keinen Einfluss darauf nehmen, aber man muss damit leben. Man muss das hinnehmen. Also es gibt zum Beispiel wunderbare Beispiele. Wir haben ja vor vielen Jahren die Vögel inszeniert von Eustophanes. Und mitten, also beim Vorstellungsbeginn, flogen ungefähr 50 Graugänse über den Zuschauerraum. Und das haben die an jedem Abend gemacht, zur gleichen Zeit. Das war überhaupt nicht inszeniert. Und da bist du einfach fassungslos. Das findest du einfach grossartig. Also die Natur ist ein Teil davon und wir müssen halt mit ihr zusammen agieren. Keine Frage. Und jetzt hier im Stück müssen euch Profis mit Laien agieren. Wie gut geht das miteinander ruf? Also ich bin ja, ich komme eigentlich ursprünglich vom Laientheater. Ich habe als Amateur angefangen. Ich kenne die Befindlichkeiten der Laien und Amateure sehr gut. Und im Laufe meiner letzten Jahre habe ich sehr viele Produktionen mit Amateuren und Laien gemacht. Und hier machen wir ein Gemisch und das funktioniert wunderbar. Weil die Leidenschaft ist das Entscheidende. Ob jetzt einer ein guter Sprecher ist oder einen kleinen Dialektslängen noch mit hat, das spielt überhaupt keine Rolle. Außerdem ist das Zuckmeier. Und Zuckmeier ist immer ein Autor der Menschen. Und das ist eine Herausforderung. Es ist einfach schön mit den Amateuren zusammen zu arbeiten. Ihr habt gesagt, ein Autor von einem Menschen. Was ist vielleicht auch der besondere Reiz? Der besondere Reiz an dem Stück, das ihr hier geführt hat. Der fröhliche Weinberg. Das erste ist mal der Reiz. Es ist ein Stück aus meiner Heimat. Also ich bin zwar nicht auf der Rheinseite von Zuckmeier gross geworden, sondern auf der anderen Rheinseite. Aber die Mentalität, die Weingegend, die Weinbauern. Das Süddeutsche, das Südhessische, das hat ja schon etwas anderes als das Norddeutsche. Das liegt mir sehr. Zuckmeier bin ich gross geworden als Kind. Und ich liebe an diesem Stück, an den Stücken von ihm überhaupt das Menschliche. Das Zupackende. Also er beschreibt die Menschen so wie sie sind. Ohne Beschönigung und ohne intellektuelles Überheben. Sondern so wie sie sind. Und das gefällt mir super gut. Können sich die Leute freuen auf die Freilicht zu spielen hier? So ein Grund. Sollten sie sich freuen. Da geht es richtig zur Sache. Also dieses Stück ist beileibe kein intellektuelles Theaterstück. Es ist aber nicht nur ein Volkstheaterstück, sondern es ist ein Volkstück aus dem Leben. Und da geht es richtig zur Sache. Es passiert richtig viel hier. Liebe, Schmerz, Leidenschaft und gesoffen wird ohne Ende. Was davon wichtig ist, dass BDF Luiste aus dem Patterson ist. Wie wird das Geld нашего